Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Bewegungsmelder hier fachgerecht an einer Lampe anschließen kann, damit dies auch richtig funktioniert. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir hier jetzt gleich an einer elektrischen Anlage arbeiten, müssen wir unbedingt einmal die 5 Sicherheitsregeln einhalten. Doch hierfür sind spezielle Videos an dieser Stelle einfach sinnvoller. Und wenn dann das Ganze vom Stromnetz genommen und somit spannungsfrei ist, dann schauen wir uns mal noch einen vereinfachten Schaltplan an. Wir kommen in unserem Fall mit einer dreiadrigen Leitung einer Nym 3x1,5mm² zu unserem Bewegungsmelder. Von dort aus geht es dann auch mit einer dreiadrigen Leitung weiter zu unserer Lampe. Der blaue Neutralleiter wird direkt bei unserem Bewegungsmelder auf die Eingangsklemme N angeschlossen, da wir ihn hier für die entsprechende Elektronik benötigen. Und dann geht es auch weiter direkt zu unserer Lampe. Der grün-gelbe Schutzleiter hier wird direkt an unserer Lampe angeschlossen, da normalerweise ein Bewegungsmelder aus Kunststoff ist und somit keinen Schutzleiter benötigt. Wenn natürlich der Bewegungsmelder jetzt ein Metallgehäuse hat und auch noch eine entsprechende Klemme, dann müssen wir das Ganze hier unten auch anschließen. Der meistbraune Außenleiter geht auch direkt auf unseren Bewegungsmelder drauf, meistens bei der Eingangsklemme L. Hier wird er dann geschalten und bei der Ausgangsklemme, welche meistens auch mit so einem Pfeil hier gekennzeichnet ist oder mit einem roten Leiter hier, geht es dann auch schon weiter direkt zu unserer Lampe. In der Praxis ist meine Lampe jetzt schon fachgerecht angeschlossen. Hierfür habe ich auch schon ein extra Video gemacht und nun kann ich als nächstes mal meine Zuleitung hier und auch die Leitung, welche zu meiner Lampe geht, um circa 10 cm abmanteln. Wichtig, am Ende sollte noch circa 1 cm in die Hohlwanddose überstehen, dass wir einfach eine entsprechende Zugentlastung haben. Als nächstes gebe ich mal beide blauen Neutralleiter und beide grün-gelben Schutzleiter nebeneinander, dann kann ich das Ganze auch noch so etwas nach oben umbiegen. Achte natürlich darauf, dass ich genug Reserve in meiner Dose hier hinten habe und dann kürze ich beides einfach einmal auf dieselbe Länge ab. Danach isoliere ich alle Leiter hier einmal auf genau 11 mm ab, so dass es später auch in meine Klemmen und vor allem auch in den Bewegungsmeldereien passt. Wenn alles vorbereitet ist, verbinde ich zuerst einmal hier meine zwei grün-gelben Schutzleiter mit so einer Klemme hier und anschließend noch die blauen Neutralleiter. Jedoch verwende ich hier jetzt keine Zweifach, sondern eine Dreifachklemme, da ich mir gerade eben noch circa 15 cm von so einem freien blauen Leiter heruntergeschnitten habe und diesen kann ich jetzt nämlich auch hier drauf klemmen. Danach sind die Klemmen auch schon fertig, weswegen ich diese jetzt einfach mal hier hinten in meine Hohlwanddose bzw. Unterputzdose nach oben schauen verschwinden lasse. Wichtig hier ist, dass die Dose natürlich auch tief genug sein muss. Als nächstes gebe ich jetzt den braunen Außenleiter meiner Zuleitung hier in die Klemme L von unten hinein, dann den braunen Außenleiter, welcher zu meiner Lampe geht bei der Klemme, wo der Pfeil hinausschaut und den blauen Neutralleiter hier ganz links bei N. Wenn wir die auch Schraubklemmen verbaut sind, dann auf gar keinen Fall vergessen, dass wir diese natürlich auch mit Gefühl anziehen müssen. Bei mir ist jetzt aber schon alles richtig angeschlossen, weswegen ich einmal meinen Einsatz bei den entsprechenden Befestigungsschrauben auch anbringen kann. Anschließend entweder mit einer Wasserwaage oder mit diesen entsprechenden Linien hier ausrichten und dann kann man das Ganze nämlich auch schon hier schön befestigen. Als nächsten Schritt kann ich hier auch schon meinen Rahmen aufsetzen. Hier auf der Rückseite von meinem Bewegungsmelder könnte ich jetzt noch Feineinstellungen vornehmen. Hier kann man etwas spielen und wenn das dann soweit passt, dann einfach mal noch hier vorne die Blende aufsetzen und das Ganze ist auch schon richtig angebracht. Sobald ich dann wieder Spannung auf das System gegeben habe, kann ich mal das Ganze auf Funktionalität überprüfen und sobald ich jetzt wirklich hier über diesen abgedunkelten Bereich rübergehe, konnten wir sehen, dass die Lampe sofort angeht. Und somit haben wir unseren Bewegungsmelder jetzt auch schon richtig angeschlossen. Wenn du für zu Hause jetzt übrigens einen Bewegungsmelder, ein Leuchtmittel oder auch einzelne entsprechenden Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.